ja hallo youtube freunde herzlich willkommen zum neuen video hier auf unserem kanal heute haben wir mal wieder etwas besonderes für euch denn wir sind gerade auf dem weg in den wald und zwar sind wir unterwegs zum vorspürtrieb zähnle das haben wir euch ja vor einiger zeit schon mal ein video gezeigt das verlinke ich euch hier oben auch noch mal und zwar sind die jungs hier unterwegs mit einem team von vier fünf sechs baumkletterer denn hier soll dieses jahr ein windrad gebaut werden dazu haben sie 2022 schon den weg entsprechend verbreitet und auch bäume gefällt und die jungs die jetzt hier unterwegs sind kümmern sich noch um die bäume beziehungsweise die erste die immer noch in den weg reinhängen es ist kalt wir haben um die null grad ich glaube ein grad hatten wir und der weg hier ist auch gefroren ich muss das mittlerweile auch der allrad schon rein machen denn ohne allrad wenn ich jetzt nicht mehr hochkomme wenn wir einfach den frontlader vorne dranhängen genau wir fahren jetzt noch hin zu den jungs und dann hoffe ich kann man euch noch ein paar coole aufnahmen zeigen wie die jungs hier arbeiten die jungs hier arbeiten Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Also, wir sind jetzt mit der Drohne mal noch ein bisschen hochgeflogen, hier in der Mitte und das Stämmer jetzt gerade, bis hierhin sind sie gekommen. Die machen jetzt Feierabend für heute, Freitagnachmittag, haben jetzt alles geschafft, aber dann machen sie nächstes Mal dann weiter. Ich denke, man hat jetzt mal gesehen, was da für eine Arbeit dahinter steckt, wenn man immer auf den Baum hochklettern muss und was die Jungs hier quasi leisten. Und wenn wir uns jetzt mal hier das noch angucken, was sie vor sich haben, dann geht es da jetzt noch den Weg hoch, da oben dann um die Kurve rum und genau dort haben wir dann später den Platz, wo das Windrad hinkommt. Und hier müssen nämlich auch die Flügel hoch, deswegen machen wir das ganze Jahr, oder deswegen machen die Jungs hier das ganze Jahr. Und wenn es klappt, dann ist auch unser Plan, dass wir euch zeigen, wie die Flügel hier durch den Wald durchmanövriert werden. Ja, ich hoffe, das kommt auf dem Video rüber, was das hier für eine Schneise ist, wenn dann die Baumkletterer durch sind. Aber man hat im Vorfeld schon einige Bäume gefällt, der Weg verbreitert und jetzt sind die Jungs hier nochmal hochgeklettert und haben dann an den Bäumen, die am Weg stehen, entsprechend noch die Äste, die in den Weg reinhängen, noch wegsäckt. Ich hoffe, man kann die Dimensionen ein klein wenig auf dem Video erkennen. Teilweise wurden vorhandene Wege eben deutlich breiter gemacht und da, wo es von der Weggestaltung her nicht anders ging, wurden auch komplett neue Wege erstellt. Also da, wo wir jetzt stehen, links ist der normale Weg und geradeaus runter, beziehungsweise die Flügel müssen dann von unten hoch, ist komplett neuer Weg gemacht worden. Das heißt, hier standen vor gut einem Jahr noch komplett alles voll mit Bäumen, die hat man entsprechend alle umgesägt und hat dann hier mit großem, schwerem Gerät den Weg gebaut. Hier, wo wir jetzt sind, wird dann auch eine ganz interessante Stelle, denn hier müssen sie mit dem Flügel einmal quasi vom Weg da unten auf den Weg, und die Kurve hier rum. So ein Flügel hatte dann irgendwas um die 50, 60 oder sogar 70 Meter, ich bin mir sehr ganz sicher. Und dann stellen sie die Flügel natürlich auch auf, aber halt in jedem Bereich von der Kurve mussten sie dann entsprechend die Bäume an der Kurve Außenseite noch großzügig wegmachen, dass dann eben die Flügel hier auch hochkommen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über Daumen nach oben freuen. Wer unseren Kanal noch nicht abonniert hat, kann das natürlich auch gerne machen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, eine schöne Woche.